Der Traumlandpark Wegen meines großen Interesses an Dinosauriern fuhr mein Vater mit meinem Bruder und mir in den Traumlandpark in Kirchhellen bei Bottrop. Mein erster Besuch im Traumlandpark war zu meiner Grundschulzeit zwischen 1987 und 1989. Den Park habe ich noch als einen Park mit zwei Themenbereichen in Erinnerung. Zum einen ein Dinosaurierteil und zum anderen ein Vergnügungsparkteil. Damals war ich sehr erstaunt, dass der wohl berühmteste Dinosaurier, Tyrannosaurus rex, in gleich zwei Exemplaren am Eingang stand und quasi kostenfrei zu sehen war. Außerdem behielt ich in Erinnerung, dass es dort einen riesigen Sauropoden, damals glaubte ich Brontosaurus, zu bestaunen gab, unter dessen Bauch man durchgehen konnte. Weitere Erinnerungen habe ich an meinen ersten Besuch nicht. Leider nahm ich kein Fotoapparat mit. Nachdem ich zur Kommunion eine Fotokamera geschenkt bekommen hatte und mein Interesse an Dinosauriern ungebrochen war, wünschte ich mir, dass wir noch einmal in den Traumlandpark fuhren. Mein zweiter Besuch war dann am 6. April 1991, wieder mit meinem Vater und meinem Bruder. Ich war damals zehneinhalb Jahre alt. Gleich am Eingang erkannte ich die beiden Tyrannosaurus rex Exemplare wieder, an die ich mich noch erinnern konnte und knipste ein Foto des Exemplars rechts vom Eingang. Ich ließ den Hadrosaurus und den Saurolophus relativ achtlos hinter mir, um gleich auf den großen Sauropoden zuzugehen. Ich erkannte schon von einiger Entfernung, dass ich es falsch in Erinnerung hatte. Es war kein Brontosaurus, sondern der noch viel größere Brachiosaurus, mein absoluter Lieblingsdinosaurier. Mein Vater machte ein Foto von meinem Bruder und mir, auf dem wir neben dem gewaltigen Vorderbein des größten Dinosauriers des Parks stehen. Mein Vater wollte wissen, ob ich die Dinosaurier alle kenne und er stellte sich vor die Schilder und fragte mich nach den Artnamen der Dinosaurier. Leider kannte ich einige der folgenden Dinosaurier nicht, darunter ein riesiger Molsch und ein Fisch aus der Permzeit, aber auch der berühmte Dimentradon, den ich natürlich erkannte. Zunächst beschränkte ich mich darauf, die Dinosaurier vom Besucherweg zu betrachten und zu fotografieren. Jedoch sahen wir, dass andere Familien ständig die Besucherabsperrungen überstiegen und ihre Kinder für Fotos auf die Dinosaurier setzten. Dies gefiel uns nicht und wir wollten es nicht ebenso tun. Aber ab dem Stegosaurus stellte ich mich dann entweder mit meinem Bruder oder alleine neben die Dinosaurier, damit mein Vater Fotos davon machen konnte, weil man so besser die Größe der Dinosaurier erkennen konnte. Zum Schluss erkannte ich wieder eine ganze Reihe von Dinosauriern, darunter den Brontosaurus, Stegosaurus, Ankylosaurus und Triceratops. Lediglich den Tarbosaurus hatte ich fälschlicherweise für einen Tyrannosaurus gehalten, wobei der Tarbosaurus jedoch auch der Tyrannosaurus Asiens ist. Am Ende des Dinosaurierparks kam dann noch die Eiszeit mit Säbelzahntiger, Mammut und Urmensch. Meine Erinnerung an den Vergnügungsparkteil ist deutlich schlechter. Ich erinnere mich noch gut, dass nach dem Dinosaurierpark auf der rechten Seite das drehende Haus kam, weil mein Vater unbedingt mit uns dort rein wollte, was wir auch taten. Die Illusion des Drehens war dann doch heftiger, als wir erwartet hatten. Auf der gegenüberliegenden Seite, etwas im Hintergrund, befand sich eine für mich damals riesige Achterbahn mit Loopings und Schrauben, die in meinen Augen nur etwas für Erwachsene war. Ich konnte gar nicht hinsehen, wie die Wagen die Bahn hoch und runter sausten. Ansonsten habe ich noch sehr rudimentäre Erinnerungen an das kleine Modell des Schloss Neuschwansteins, an die Bötchenfahrt Burg Totenfels und die runde orange Kuppel des 180-Grad-Kinos. An den restlichen Freizeitpark kann ich mich nicht mehr erinnern, wobei mein Interessensschwerpunkt auch ganz klar bei den Dinosauriern lag. Insgesamt habe ich den Traumlandpark als einen großen Freizeitpark in Erinnerung, den man eher mit dem Phantasialand als mit dem benachbarten Freizeitpark Schloss Beck vergleichen konnte. Jedoch war der Traumlandpark nicht so gepflegt und seine Attraktionen im Vergnügungsparkteil hatten keinen thematischen Bezug und eher etwas Kirmescharakter. Noch am gleichen Nachmittag haben wir auch kurz den Freizeitpark Schloss Beck besucht, wobei ich mich noch an den Geisterkeller und die Marienkäferachterbahn erinnern kann. Vor dem Geisterkeller hatte ich mich sehr gefürchtet, doch die Marienkäferachterbahn bin ich gefahren. Es war meine erste Achterbahnfahrt. Am Montagmorgen, es gab ja noch lange keine Digitalkameras, wollte ich sofort meine Bilder zur Entwicklung bringen. Aber weil dies meine ersten Fotos waren, die ich selber mit meinem Apparat aufgenommen hatte, wusste ich nicht genau, was zu tun war. Und so fuhr mein Opa mit mir nach Allkauf, wo wir die Fotos im 1-Stunden-Express-Service entwickelten. Die Fototasche mit dem Kassenbon vom 8. April 1991 habe ich heute noch, weshalb ich das Datum meines zweiten Besuchs im Traumlandpark so genau rekonstruieren kann. Vielen Dank. Vielen Dank.